Ja, sag mal, warum bist du denn eben so abgehauen, als wenn die Welt untergehen würde? Jetzt kommst du doch schon wieder. Ja, und du nimmst Umwege. Das muss man erst mal verstehen. Ich weiß nicht, was ihr euch da denkt. Vielleicht kein Angriff vom Greifvogel auf diesem Weg. Irgendwie so war's, ne? So, und der schmeckt wieder, ne? Oh, ich hab die ganzen Nüsse schon wieder geholt. Haferflocken sind auch schon wieder leer. Eieieiei, da ist mir mal kurz weg. Und da ist hier oben volle Bulle was los, ne? Naja, muss ich wieder auffüllen. Das werde ich jetzt tun. Also, das ist mir illustrated. Untertitelung des ZDF für funk, 2017